Hallo Leute, herzlich willkommen bei Minecraft Survival. Ja, wir sind jetzt hier noch ein paar Lägen mit dem Haus. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich bin echt am Lägen, ob ich das gut gemacht habe oder ob ich doch nicht lieber... Da hier die... Nee. Ich bin echt am Lägen, ob ich da jetzt hier doch nicht nochmal so eine... hier Schicht, so eine Steinschicht machen sollte. Aber ich glaube, ich mach da... Ich weiß nicht... Ich bin da echt am überlegen, Freunde. Nee, komm. Mach mal nicht. Nee. Mach mal nicht. Ist okay. Nur für die Eckpunkte lasse ich dann aber noch den... Mach ich da noch den Stein. Haben wir hier Pflasterstein? Nee, haben wir... Was ist das? Ja doch, haben wir. Ich glaube, wir haben keine Kohle hier mit am Start. Nee. Verdammt. Ja, ich kann da auch schon gucken, ob ich vielleicht nicht hier schon in die Tour die... Sachen reinpacke. Da müssen wir nicht mehr so weit laufen. Da müssen wir nicht mehr so weit laufen. Ähm... Einmal die Kohle nehmen wir mit. Sonst noch was? Oh. Nee, doch nicht. Ähm... Ja. Lassen wir erstmal mal warten. Aber hier vielleicht nehmen wir auch nochmal mit. Nehmen wir auch nochmal mit. So. Ich will mich dann mal legen. Ne. Schon besser so. Doch, denke ich mal, wird besser so sein. Ähm... Warte mal. Hier tun wir dann die... Kohle. Pflaster... Pflaster... So. Pflasterstein nehmen wir hier mit. Tun wir da... Da rein. So. Und das läuft. So. Als nächstes... Machen wir... Zack. Zack. So. Ähm... Würde ich mal sagen, machen wir hier nochmal eine neue Axt. Da brauchen wir auch ein bisschen Stein. Sag ich mal, holen wir uns mal kurz... Von draußen. Pflasterstein. Hm. Hier. Ach, wir haben ja schon eine zweite. Stimmt sich gerade. Ähm... Heißt du, das ist der Watt? Freunde, ich glaube wir machen doch jetzt hier mal auch das Bett. Gucken wir mal, kann ich das Bett bauen? Ist nicht immer so weit latschen. Ist ja auch doof. Ähm... Ist wahrscheinlich auch hier... Ja. Da. Okay. Dann machen wir jetzt mal ein Bett, Freunde. So. Könnt ihr behalten. Erstmal. So. Hier. Machen wir... Kommandatieren. Nein. So wollte ich das nicht haben. Dann machen wir das mal hier. Im Moment. Das ist aber nur so provisorisch. Na. Ich hab... Das kommt dann noch woanders. Oh. Jetzt schlafen wir schön unterm... Sternenhimmel. Wuhu. Geil. Sternenhimmel. Sternenhimmel. Wuhu. Na gut. Genug gefeiert. Und jetzt legen wir uns mal schlafen. Jetzt haben wir uns nochmal Warte rein. Ich glaub das reicht fürs Erste. Ähm. Warte hin. Solange die da noch fertig machen, nehmen wir schon mal die Steine. mal los. Hm. So. Hm. So. Hm. Einmal hier weiter Jetzt kann ich mich verraten was ich machen wollte Ich wollte halt so im ersten Stock Ja also nicht so eine komplette Etage Sondern eher so ein So ein Balkon mehr oder weniger so machen Dass das noch nicht über die ganze Etage geht Sondern nur so ein Stück Gucken wir mal Gucken wir jetzt Ich denke mal Wenn wir da so eine Etage machen Vielleicht noch ein bisschen höher Ja komm doch noch mal ein bisschen höher Brauchen wir aber glaube ich noch ein bisschen mehr von dem Haben wir hier noch was Ja komm Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Holz Ja komm warte mal haben wir hier So ein schönes Bäumchen Steht so ganz zum Muttersehen allein Also ich muss sagen das bauen und so das macht man bei Minecraft so am meisten Spaß Natürlich ist dann für mich dann auch der Creative Mode am interessantesten weil ja da kann man Schön so wie Lego halt ungefähr kann man da schön bauen finde ich dann immer ganz nett Ganz nice Ganz nice Aber da kommt auch So So Dann können wir hier wieder so ein Setzling rein pflanzen Vielleicht machen wir mal hier noch irgendwo einen oder Dann lassen wir uns erstmal so die Aussicht hier aber hier können wir noch mal einen machen So Gucken wir mal Also auf jeden Fall müssen wir es ist das jetzt schön dass wir nicht mehr so jetzt immer zu unserer Base da laufen müssen und dass wir jetzt Auch schon viel sage ich mal bei uns jetzt da im Haus machen können So Da fallen sie runter So machen wir mal hier nochmal so ein Setzling Können wir hier vielleicht auch noch einen machen oder So 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 Perfekt Ich weiß jetzt nicht haben wir genug was ist das hier eigentlich Ficht noch Splitter Ah da haben wir noch ein paar Ich würde sagen Können wir die hier ähm So Können wir die dann hier nochmal schön nehmen und noch eine Stufe weitermachen So So Damit das auch schön hoch ist Ich glaube Stufen haben wir nicht mehr ne Ähm Ne diese großen Treppen nicht ne Okay Ja ich denke mal das wird reichen Perfekt Machen wir doch mal so hier Ja ich könnte man hier mal weiß ich ob wir dann ein Fenster machen Vielleicht eventuell hier nochmal ein Fenster aber gucken wir mal erstmal würde ich jetzt hier gucken dass wir das hier fällig so machen Theoretisch hätte man das auch noch ne äh ne Reihe Ach komm Machen wir dann das komplett weil hier ist ein bisschen zu groß sag mal Die Lücke Können wir ein bisschen auch noch platt sparen Ja genau können wir dann hier nochmal die Stufen machen Passt perfekt eigentlich hätten wir hier das hier gar nicht machen müssen aber gut Hinterher ist man immer klüger Das ist auch oft im Leben so So haben wir das hier schön Dann machen wir dann nochmal die Stufen So wunderschön Können wir dann hier weiter dann anfangen mit dem Ups So dazu dann hier der Nein So dann jetzt hier der richtige Boden Ich weiß nicht wie das heißt also ich würde so eine Etage machen aber jetzt nicht komplett Sondern ich hindue so diesen Bereich Quasi Da oben bräuchten wir natürlich dann auch Geländer Deshalb würde ich mal vielleicht sagen machen wir dann nochmal Mh 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 Einmal so rum, dann baut sie es für euch einfach. So, jetzt nochmal hier alles zumachen, perfekt. Ja, ich denke mal, das ist gut so. Vielleicht kann man dann doch, oder wir machen dann... Ne. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier doch nicht so eine Steinreihe hier nochmal machen soll. Aber jetzt so... Naja gut, das war es dann für diese Folge. Ich sag mal, wir machen dann mal einen Break und wir sehen uns in der nächsten... Macht's gut. Und... Ja. 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 Ja.